Milch, es geht. Was wird aus meiner Latte? Ach, Latte heißt am Italien. Ja, Milch! Ach so! Yo! Was geht? Waffel? Insider. Waffel Ins... Waffel Insider? Alter! Nice, Mann! Geht schon wieder los. Leute, heute wieder unser Talent, ihr wisst Bescheid. Wir haben wieder starke Kandidaten dabei und nicht so starke Juroren an dieser Stelle. Schaut auf jeden Fall jetzt schon mal bei Freddy vorbei, falls ihr noch nicht kennt. Sehr empfehlenswert, meine Freunde. 2 Millionen dieses Jahr! Wie viel fehlen noch? 600.000! Macht's jetzt voll am Nummer voll! 3 Millionen dieses Jahr bei mir! Okay, also fangen wir an mit Looper Gitarre Watchtower. Hallo! Moin! Na? Na? Okay. Ich muss extra Schule abrechnen in England, damit ich herkomme. Digga, du hast deine Schule komplett abge... Also du hast... warte mal. Stopp! Hast du jetzt die Schule heute abgebrochen oder generell komplett? Ne, ne, es war Stromausfall, deswegen bin ich hier. Ach so, okay. Das heißt, du hast die Schule quasi... Ausfallen lassen, weil Stromausfall war. Ausfallen lassen, weil Stromausfall war. Ich hab auf den Stromausfall gekackt. Gut, fang an! There must be some kind of way out of here. Set the Joker to the thief. Nobody up to his word. All along the Watchtower. Princess kept the view. Kann ich dir lass uns das sagen? Bitte? Du hast dir, glaube ich, eines der schwersten Stücke ausgesucht, was man überhaupt performen kann. Nicht nur vom Riff her, glaube ich auch, sondern auch... Allein versuchen, Jimi Hendrix nachzuahmen, ist ja schon sauschwer. Weisst du, was ich meine? Ja, weil er ist halt tot. Weil er hat ja... Er ist halt tot und das ist halt dein Ding. Und da kann man auf jeden Fall mal ganz kurz sagen, das hast du gut gemacht. Dankeschön, Dankeschön. Bis die Tage dann, ne? Dankeschön. Ciao, ciao. Hallo. Guten Tag, was kannst du? Ich bin auf meinen Arm und ich kann jodeln. Oh, mach bitte. Ja, bitte. Jodeln weg. Jodeln weg. Ganz kurz, würdest du sagen, das ist Musik? Also ich als neutral eingestellter Schweizer, für mich ist das Musik. Machen wir weiter mit dem nächsten Caillou und die Gummibärenbande. Hallo, darf ich singen? Ja, bitte. Wie alt bist du? 15. Minus 5. Ja, dann bleib mal aus dem Internet raus. Ciao. Das war erstmal illegal. Hol ihn hoch. Hol ihn hoch. Ich brauch den Aufbau. Komm. Hallo. Hallo. Hey, was geht? Da ist er wieder. Hallo Dri, Alter. Wie geht's dir? Mensch. Hallo Dri. Frankie Levitt ist da. Ach so. Ich dachte schon, weil du immer Klippenspringen gemacht hast und da aussiehst wie Hallo Dri. Nein, ich mach das besser und ich seh besser aus. Und er braucht. Okay, 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 okay. Ansage Is raus. Okay. Was hast du mitgemacht? Ein Giftmilch Song. Alles klar. In Autotune Version. Oh, du hast Autotune jetzt für dich entdeckt, Digga. Hey, brutal. Heftig, heftig. Anders kann ich nicht singen. So, ich hoffe das passt von der Lautstärke. Ja, ja, ja. Weil ich Autotune anhabe, kann ich euch nicht mehr hören, ne? Okay, die Lautstärke passt. Ja, ja, ja. Es ging doch nur um die Milch im Regal. Bis auf den Tag, an dem Hunger kam. Sie war ein Nachbar neben dieser Fische. In der Nahrung Pyramide. Schon damals in der ersten Klasse wurde ich geschlagen, weil ich keine Kohle hatte für die Milch. Egal, ich ging aufs Schulklo mit ner Freundin. Das ist der Grund, warum ich dieser Miff noch treu bin. Sie gibt mir Milch, wann immer sie den Druck hat. Ich geb ihr meine oder sowas in der Art. So komm ich mit dem Druck klar. Der mir herrscht und sie war froh, dass sie mich hat. Es schmeckt ihr gut und ist gesund. Die Oberweide wächst und sie wird selbst bewusht. Seitdem sie mich kennt, hat sie keine Schmerzen. Sie macht keine Scherze. Aber ich... Milch ist geh. Was wird aus meiner Latte? Milch ist geh. Franky! Was wird aus der Debatte? Milch ist geh. Was machen dann die Kühe? Milch ist geh. Was machen dann wird es sich die Mühe? So. Jetzt erstmal Autotune ausschalten, schon hör ich euch nicht mehr ganz. Franky! Also bist du wieder Frankyli wieder am Puls der Zeit, Alter. Alter, du hast dich verändert, Franky. Ihr habt das Wortspiel wahrscheinlich nicht verstanden. Latte, Macchiato, Milch, Dieter... Ach, Latte heißt damit derjenige. Ja, Milch! Ach so! Ist dein Ernst? Als ob du den grad voll auf den Tisch geschlagen hast. Yo, Franky, danke dafür, Mann. Stabile Nummer noch wieder, ne? Mach's gut, ciao, ciao! Hallo! Hallo! Hallo Sebastian! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Okay, okay, okay. Äh... 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 Ähm... Ja... Äh... Fang ruhig an! Ähm, okay, ich hab ein Lied für dich geschrieben. Mhm. Stabil? Ja, vielleicht ne? Mhm. Das lacht mich nicht aus. Das war süß, das war süß. Ja. 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 Oh mein Gott, danke, dass ich mit euch reden durfte. Danke, dass ich mit dir reden, singen, hören durfte. Hallo, darf ich anfangen? Tobi, siehst du das? Nein. Ach Junge. Darf ich anfangen? Tobi? 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 Hast du dir extra... Hast du dir extra... Hast du dir extra eine neue ID gemacht? Ich bin einfach... Hey, war noch ein Tunnel. Komm mal aus dem Tunnel raus. Komm mal aus dem Tunnel raus. Wie immer gleich Fortnite dann, ne? Genau. Okay, bis dann. Tschüss. Bis dann. Komm nur so ein Ferrari übersteht hier am Tunnel. Hallo, soll ich mal spielen? Oh, leider. Hi. Hi. Revi? Ne. Hier ist dein leiblicher Vater jetzt. Was willst du von mir mal? Mach dein Talent. Ich hab kein Talent. Ich hab kein Talent. Ja, was willst du hier? Mit dir reden. Ach, verpiss dich. Was kannst du? Hi. Ich würde euch gerne eine Geschichte erzählen. Okay. Also, eines Tages gehe ich die Treppen hoch und hörte nur ein lautes Awww. Awww. Es kam aus dem Zimmer meiner Eltern. Ich guckte, machte die Tür auf und sah mein Vater sein Ding in einen Esel reinschieben. Ist das unsere komplette Zielgruppe? Sind das die Leute, die um die Videos gucken? So bin ich gezeugt worden. So bin ich gezeugt worden. Hier kann jemand eine Kondomfagung vorlesen, das hätte der Vater von ihm besser auch mal benutzt, dann wärst du nicht entstanden. Was kannst du? Hallo. Siegelbriefchen behutsam und der Zacken kann draufreißen. Bitte beachten Sie, dass zum Beispiel Fingernägel, Schmuck oder Biersings im Intimbereich das Kondom beschädigen können. Ohrhaut ganz zurückziehen, Reservoir des Kondoms mit Daumen und Zeigefinger sanft zusammendrücken. Und Abholband nach außen auf die Eichel setzen und vollständig über den steifen Penis abrollen. D-Danke. Bitte. Das war weird, aber es ist Educational Content. Super Monetarisierung. So, was kannst du denn? Also, eigentlich wollte ich dich nachmachen, aber ich hab auch Alphastein bei mir. Ne, ne mach ruhig mich. Mach mal ihn, ja. Ja, Leute, ich zieh euer Geld aus den Teilsen, ich bin der Rewe und eigentlich bin ich ja auch dumm. Alter, eins zu eins. Ich? Respekt, Mann. Gegen Respekt, Digga. Dankeschön, Mann. Dankeschön, Leute. Kauft mein Mail, klickt auf meine Webseitenlinks, ne. Dankeschön, klickt auf die Werbung bei YouTube. Hallo. Hallo Puppelchen. Ja. Ich kann das Feuerwehrlied singen. Mach. Alarm, es kommt ein Notruf an. User was moved out of your channel. Guten Tag. Guten Tag. Hi. Hi. Ich kann Ukulele spielen. Danke, dass du das von dir selber gesagt hast und dich nicht fragen musste. Dankeschön. Du bist einen Schritt weiter als die meisten Kandidaten. Danke, Nerd. Tschüss. Franky Levit. Ja. Es ist an der Zeit, Franky. Ja. Es ist noch nie passiert. Ja. In der ganzen Zeit, aber du hast das Ultra Land heute gewonnen. Das ist doch geil. Einen unglaublichen Applaus für Franky Levit heute. Dankeschön, 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 Dankeschön. Du hast es geschafft. Die anderen Kandidaten waren tatsächlich beschissen als du, Franky. Ich meine, du warst deutlich besser als die anderen. Dankeschön, vielen Dank. Franky, du hast schon Premium auf meinem Server, oder? Äh, Premium, ne. Okay, Franky, dann schreib deinen Minecraft-Name unten rein, falls du Minecraft spielst. Äh, ich schenk den jemanden, der sich's nicht leisten kann. Okay, Franky, Dankeschön für deine Performance. Vielen, vielen Dank. Mach's gut. Okay, spielst du Minecraft? Ich, ja, tu ich. Okay, weil du so süß warst, gib mir deinen Minecraft-Namen und du kriegst jetzt Premium. Oh mein Gott. Ja, ich weiß. Dankeschön, ne. Schönen Tag dir, mach's gut. Ciao, ciao. Dankeschön. Deine Sohn Tag. Tai, die Manni so gut so's deixieren. Ja, denn hier, ich heiße gut. 꽉 reserved.